Willkommen im Lindenpark in Bux, einer der modernsten Überbauungen der Schweiz. Gebettet in eine großzügige Parkanlage entstehen hier exklusive Mehrfamilienhäuser als Eigentum oder zur Miete. Die ideale Infrastruktur sorgt für gute Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindungen, ebenso wie für Kindergarten, Kita und Schule. Wohnen und Leben im Lindenpark ist etwas Besonderes, das spüren Sie von Anfang an. Lichtdurchflutete Räumlichkeiten erwarten Sie. Überhohe Decken sorgen für ein luftiges, entspanntes Raumgefühl. Hochwertige Materialien, eingehobener Ausbau und zahlreiche innovative Entwicklungen haben hier Einzug gehalten. In ihrer Gesamtheit einzigartig in der Schweiz. Das schlüssellose Zutrittssystem von Glutz schafft neue Möglichkeiten bei der Objektsicherung. Komfortabel und flexibel. Im Parterre wurde klassifizierter Einbruchsschutz verbaut. Mit Sicherheit ein gutes Gefühl. Im Master Bedroom haben wir natürlich an einen Einbauschrank gedacht. Mit Tresor. Unsere intelligenten Küchen bringen die Zukunft in Ihr Zuhause. Schon heute rufen Sie digitale Rezepte auf, bestellen online, lassen nach Hause liefern und senden die richtigen Einstellungen direkt an Ihren Backofen. Connected Cooking macht's möglich. Die smarten Waschmaschinen sind mit neuartigen Fleckensensoren ausgestattet. Für ein gutes Raumklima sorgt die kontrollierte Wohnungslüftung. Intelligent und sensorgesteuert. In der gesamten Anlage haben Sie GSM-Empfang. Auch in der großzügig angelegten Tiefgarage, die für größere SUVs geeignet ist. E-Ladestationen für Autos und Velos sind ebenfalls selbstverständlich. Energetisch ist der Linkenpark auf sehr hohem Niveau. Ein hoher Minergie-Standard bei maximaler Wärmedämmung mit Flumrock-Dämmstoffen ist hier selbstverständlich. Photovoltaikanlagen, ein großer Batteriespeicher sowie ein neuartiger Hybrid-Kollektor optimieren die Energiebilanz. Mit dem innovativen e-Smart-System haben Sie Ihre Energiekosten im Blick und sparen dabei deutlich. Jahr für Jahr. Doch die Ideen gehen noch weiter. Es gibt die zentrale Bike-Werkstatt. Ebenso wie den Waschraum für Hunde. Das Home-Cinema für den besonderen Filmgenuss. Oder das separate Musikzimmer, in dem der Nachwuchs ungestört üben kann. Großzügige Gemeinschaftsflächen runden das Konzept im Lindenpark ab. Das Areal bietet ebenso eine Gartenanlage mit Spielplatz wie Nutzgarten mit Hochbeeten, in denen Sie selbst aktiv werden können. Eine offene Feuerstelle ist Freizeit- und Begegnungsstätte zugleich. Natürlich Wind- und Sonnengeschützt. Hier haben Sie die Wahl, ob Holz, Gas oder Teppan-Yaki-Grill. Weitere Chill-Out-Zonen laden ein zu entspannter Ruhe oder Geselligkeit mit Nachbarn oder Freunden. Leben im Lindenpark. Die Zukunft des Wohnens. dieses Rape im Lindenpark. Die Welt heisen. Die Welt des Tourismus. Die Welt zeich. Mit